Hallihallo! Herzlich Willkommen im neuen Video. Das ist die Nummer 2 der Pfingstrosen-Serie. Und ich habe hier was ganz tolles dabei. Das ist eine Arbeit vom letzten Video. Und heute gibt es nochmal eine Arbeit für die Karaffe. Aber für mehr Details müsst ihr einfach dranbleiben. Ja, wie gerade schon eingangs angedeutet, habe ich jetzt hier eine Arbeit mit um die Ecke gebracht. Das ist eine wunderschöne, richtig tolle alte Suppenterrine, so richtig von Oma, mit so einem Deckel. Und die habe ich mit einem Pfingstrosengesteck gefüllt, mit der schönen Sorte Bowl of Cream. Und heute gibt es nochmal passend dazu ein Pfingstrosenarrangement in dieser tollen, das ist eine alte Zinkkanne. Ja, die finde ich auch herrlich. Ja, und das ist alles, das könnte jetzt alles so aus einer Zeitschrift, die so ländliche Blumen- und Gartendeko-Ideen zeigt. Und ich war auch so völlig inspiriert, habe diesen bepflanzten Topf daneben gestellt, der auch was Schönes Abfließendes hat. Also, das gibt so ein Bild. Eigentlich könnte man sich gerade an die Kaffeetafel setzen, aber ich glaube, das kann ja jeder dann dazu machen. Ja, und woher kommen diese wunderschönen Blüten, die Basis meiner Arrangements? Die kommen aus Unterfranken, von heimischen Gärtnern. Und das finde ich so toll, das ist also wirklich regionale Qualität. Ich habe im letzten Video auch gezeigt, könnt ihr ja nochmal zurück, da mache ich euch den Videolink rein, da habe ich auch gezeigt, wie ich das alles genau gemacht habe. Mit einfachen Mitteln, nur mit ein bisschen Efeu, Glanzmispel, um dann ein bisschen Schleierkraut, um dann das Ganze mit diesen traumhaften Pfingstrosen zu krönen, die wirklich so die Königin dieser Arbeit, dieses Blumengestecks sind. Ja, und damit wir auch passend dazu unsere schöne Kanne hier dekorieren, nehme ich euch mit in den Arbeitsbereich und dann machen wir mal einen schönen Pfingstrosenstrauß. Kommt mal mit. Ja, also die Pfingstrosen, die kommen, gibt es von April bis Juni per Post von Don Peony. Und ich habe die heute jetzt erhalten. Die kamen tatsächlich, also ohne Wasser. Wir haben diese Pfingstrosen frisch angeschnitten. Man kann die in lauwarmes Wasser stellen. Und man sieht also trotz dem Postweg, kommen die Pfingstrosen sehr, sehr gut an. Und haben wunderschöne, kräftige Stiele. Es ist absolute Premium-Qualität. Ich kenne ehrlich gesagt keine schöneren Pfingstrosen als die. Ja, und die könnt ihr bestellen für euch. Und zwar, da gibt es jetzt ein Do-It-Yourself-Angebot von Don Peony. Ihr bestellt zehn Pfingstrosen. Und ihr seht, also zehn Pfingstrosen, die sind, das ist richtig, richtig tolle, große Pfingstrosen. Und es gibt dazu, Moment, den habe ich ja schon wieder weggepackt. Es gibt dazu einen Ziegel Steckschaum. Und dann könnt ihr euch nämlich eure Suppenterrine genauso stecken, wie ich das gemacht habe und gerade gezeigt habe. Und zehn Pfingstrosen, also zusammen ist das für 31,50. Im Shop von Don Peony bestellbar. Und der Gedanke ist, man kann dann fünf Pfingstrosen für das Gesteck nehmen, fünf für den Strauß. Ich habe tatsächlich für diese Suppenterrine nur drei gebraucht. Ich wollte fünf nehmen, ich habe nur drei gebraucht. Und ich dachte, okay, wenn es weniger sind, super, dann kann man ja eventuell nochmal einen dritten Platz damit dekorieren. Oder man schenkt einem ganz lieben Menschen vielleicht einfach nochmal zwei, drei Pfingstrosen. Und ich glaube, die sind alle total glücklich. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuesten Video von Don Peony. Wir stehen heute im Don Peony Schaugarten und haben hier eine dreijährige Kultur stehen. Und ich werde euch heute mal zeigen, wie man durch das Entfernen der Seitentriebe einen deutlich größeren Haupttrieb erzeugen kann. Und ja, dazu nehmen wir den Haupttrieb der Blüte, fassen in die Blattachsel den Seitentrieb mit Daumen und Seilgefinger und entfernen diesen, ohne dabei die Blätter zu beschädigen. Also die Blätter in den Achseln, in den Blattachseln sollen weiterhin dranbleiben. Einmal wegen der Zürde und dass sie weiter gute Assimilationsfläche hat. Und dann bildet sich der Haupttrieb umso schöner und größer aus und die Blüte wird umso größer. Das kann man bei jeder Sorte machen. Von Sorte zu Sorte ist die Ausprägung der Seitentriebe sehr unterschiedlich. Es gibt Sorten wie zum Beispiel Coral Sunset, die eher weniger Seitentriebe machen. Oder Red Charm, die eigentlich gar keine Seitentriebe machen, die von Natur aus schon nur einen Haupttrieb haben. Es gibt aber auch Sorten wie zum Beispiel Duchess Denemur, die in manchen Jahren bis zu sieben, acht, neun Seitentriebe haben. Und wenn man natürlich die dann entfernt, hat man umso einen kräftigeren, schöneren Haupttrieb und damit eine größere und schönere Blüte. Ja, dann habe ich überlegt, wie ich diese Pfingstosen in der Karaffe, wie ich die gestalte. Man kann natürlich, Eukalyptus ist immer sehr, sehr schön. Jetzt nehme ich erst mal den Deckel ab. Eukalyptus ist immer sehr, sehr schön. Und was natürlich auch ein traumhaftes Grün ist, das ist die Glanzmiste. Und ich nehme jetzt einfach mal einen Stiel raus. Ne, ich schneide ihn raus, sorry. Ich nehme jetzt einfach eine Schere und schneide mal einen Stiel raus, weil sonst muss ich hier so viel auseinandernehmen. Ich nehme immer die Blätter unten ab. Und dann hätte ich auch gar noch einen Stiel mit diesen schönen, knospigen Blüten. So, den hole ich mir jetzt mal so raus. Ja, okay, also man sieht schon, Glanzmispel hat jetzt auch einen perfekten Zustand, um ihn eben in die Vase zu stellen. Ich schneide, ich schneide die Glanzmispel hier, die ganz, ganz unten am Zweig ab, damit ich die maximale Länge für den Stiel habe. Und bei der Glanzmispel ist es ganz wichtig, die braucht immer eine gute Wasserversorgung. Und die würde ich auf jeden Fall schräg anschneiden. Ja, also hier auch wieder ein gutes Messer nehmen und einen richtig schönen schrägen Anschnitt machen. Und dann bekommt die gut Wasser. Und die ist eigentlich schon eine ganz tolle Basis. Könnte man eigentlich echt diskutieren, ob man überhaupt Eukalyptus braucht. Ich glaube, wir probieren es gleich aus. Ich fülle jetzt erstmal Wasser in unsere Karaffe ein. Die Karaffe sollte natürlich sauber sein. Ganz, ganz wichtig. Also die Gefäße müssen immer sauber sein. Und auch wenn die Peonien auf den Brustweg kommen, ist es gar nicht schlecht, wenn das Wasser lauwarm ist. Ja, und dann kann man hier einfach ein bisschen grün einstellen. Tja, das sind immer so Gedanken, was ich so mache. Ich überlege mir in meinem Video dann, was ich eigentlich, welches grün ich mag. Das ist jetzt der Eukalyptus Baby Blue. Da mache ich ein Spiel dazu. Finde ich eigentlich schon ganz witzig. Fällt mir eigentlich ganz gut. Und dann suche ich mir, um euch die schönste Wirkung zu zeigen, suche ich mir die offensten Blüten raus. Das ist jetzt die Pfingstrose, also die auch schon bestellbar ist. Guckt mal, wie toll dieses Laub ist, wie knackig. Das ist die Red Charm. Die also ein wahnsinnig richtig kräftige Stile. Und diese Pfingstrosen bekommt man übrigens bei Dawn Peony auch als Pflanze. Aber das ist später ein Thema. Jetzt noch nicht. Ich mache wieder einen schönen schrägen Anschnitt. Und ich würde eigentlich das Laub gar nicht wegnehmen. Aber man sieht, man braucht ein bisschen Fülle an Grün, braucht man schon, dass die gut stehen. Und auch hier tendiere ich dazu. Ich finde, eigentlich ist mit drei schönen Peonien mein Arrangement schon fast fertig. Ich kürze das Ganze. Ich teste immer so erstmal die Länge und denke, was brauche ich? Und dann kürze ich. Und wenn ihr sowas macht, dann lieber nochmal probieren und nochmal kurzen. Weil abschneiden geht immer, verlängern geht nicht. Eigentlich klar, aber ich sage es trotzdem nochmal dazu. So, also ihr seht, ich schneide die Pfingstrose dann immer. Überlege schon, in welchen Länge ich sie schneide. Schneide sie dann zurecht. Habe mich jetzt auch für verschiedene Sorten entschieden, die ich hier in dieses Arrangement mache. Und würde die, also hier so ein Grün, das so weit unten ist, das mache ich auch ab. Ja, das tue ich weg. Und so, die mittlere Pfingstrose, die kann ruhig etwas erhaben sein in der Gestaltung, dass sie gut gesehen wird. Und ich habe jetzt also nicht gebunden, habe wirklich nur ein bisschen Eukalyptus, ein bisschen Glanzmispel. Ja, diese Glanzmispel, Fotinia, Red Robin, haben ja viele auch im Garten, haben ein bisschen Glanzmispel reingemacht. Sonst nichts. Macht dann ein schönes, frisches, sauberes Wasser. Und eigentlich ist schon dieses schöne Arrangement fertig. Und was ich optional noch machen kann, ist ein bisschen Bast nehmen. Und den Deckel kann man auch nochmal, wenn man will, ja, entweder man legt ihn einfach dazu. Ich glaube, ich würde ihn einfach dazulegen oder ich nehme ein bisschen Bast oder Schnur und hänge ihn hier nochmal seitlich an diese Karaffe dran, so als zusätzliches gestalterisches Element. Und fertig ist meine Dekoration für die, ja, für die Kaffeetage und für den Essenstisch. Malerisch schön für alle Anlässe oder zum Schinken. Ja, ihr Lieben, das war jetzt meine Deko-Idee zu der Karaffe. Und da diese Päonien so feste Stiele haben, seht ihr auch, die brauchen keine Stütze. Die stehen hier knackfest einfach drin und ihr braucht keinen weiteren Halt. Das war meine Deko-Idee. Ansonsten seht ihr nochmal in der Beschreibung, schreibe ich euch auch nochmal alles rein. Ich schreibe euch rein, wo ihr es bestellen könnt und ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß beim Bestellen, beim Nachmachen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Pfingstrosenzeit. Tschüss, eure Margit. Tschüss. 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 Musik. Untertitelung des ZDF, 2020